Musik Ich bin der Dieter Michalski, komme aus Dresden, bin seit einem Jahr im Verein Seeleute Rostock e.V., bin von Beruf Stahlschiffrauer wie meine beiden Freunde und wir haben an der Dresden mitgebaut in Warnemünde und das war, die Dresden war das fünfte Schiff einer Serie von insgesamt zwölf Schiffen, und wir haben uns hier heute getroffen und nach 57 Jahren das erste Wiedersehen. Mein Name ist Werner Schnurlstein, ich bin gleichermaßen, wie Dieter schon sagte, auch Schiffbauer. Wir feiern heute mit den Seefahrern gemeinsam das Fest der 60. Wiederkehr der Reederei Rostock DSR und wir sind froh, dass wir das mit den Seefahrern gemeinsam machen, denn wir sind eigentlich jene Leute, die die Schiffe gebaut haben, auf denen so lange erfolgreich und siegreich gefahren wurde. Mein Name ist Hans Disterhöft, ich habe am 01.09.1952 die Lehre als Stahlschiffbauer begonnen, mit meinen beiden Freunden zusammen, war 40 Jahre im Schiffbau tätig und habe an sämtlichen Typ 4 Schiffen mitgearbeitet. Jo, wie vom Plattitschverein, Klerns nach Rostocker sagen, sind natürlich auch heute hier, wie die große Unstellung 60 Jahre deutsche Seeräterei. Und wir möchten von dieser Stellung nochmal alle Seelüge recht hartlich gratulieren und ihr alles Gäude wünschen, vor allen Dingen immer die beste Gesundheit. Jo, und wie sagt die Seemann? Immer eine Handbreit Ware unter den Kiel. Das singen die Vereinsmorden vom Plattitschverein, Klerns nach Rostocker Saal. Musik Die Höllen trecken an den Strand, wo die Wälde inster Bläut im Dillen sang, wo die Löwen fliehen, die Höllen stunden, Bo旋s nach Rostocker Saal. Musik Die Höllen trecken an den Strand, wo die Löwen schien, die Höllen schon geduld. Soll den Schiede nach Rostocker saal. Das ist der Stand des Vereins der Kapitän- und Schiffsvorzieher Rostock und wir vertreten 280 Mitglieder, die zum Teil noch zur See fahren, ungefähr 120. Ich nehme an, du hast doch gar keine Winde da, ne? Alles mit der Hand, alles mit der Hand. Es ist sowas technisch interessant, was sich eigentlich in der technischen Entwicklung vollzieht und verändert. Das ist für uns alte Fahrensleute richtig interessant. Sein Stu, ne? 60 Jahre DSR. Los! 60 Jahre DSR. 千ano Spass. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 eine große Strecke und eine kleinere Strecke und da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Die Strecke und die Strecke und die Strecke und die Strecke. Guantanamera, Guadina, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. 1, 2, 3, Guantanamera, Guatina, 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 Guatina.